Chinas neue Seidenstraße soll Konkurrenz bekommen. Die G7-Staaten haben jüngst auf ihrem Gipfel in Cornwall einen globalen Infrastrukturplan beschlossen. Fragen dazu an Vermögensverwalter Andreas Glogger, Geschäftsführer von Glogger & Part9. Schönen guten Tag. Hallo, Franek. Ja, was bedeutet denn das Build Back Better World genannte Programm für China? Ja, China bekommt dadurch natürlich Konkurrenz in seinem Machtstreben, das es hat. Die Frage, die sich hier stellt, ist nur die, wie schnell werden die anderen, also die G7, G20, überhaupt in der Lage sein, China Parole zu bieten und nicht in Regulatoren ersticken. Daneben wurde auf dem G7-Gipfel offen und ja doch ziemlich kritisch über die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit China diskutiert. Menschenrechtsfragen spielen ja da immer eine Rolle. Könnte das den Handel zwischen der EU und China belasten? Also politisch glauben wir ganz klar, da sehen wir auch die Tendenzen und den Handelskrieg, den wir ja unter Donald Trump ja jetzt schon, glaube ich, zwei Jahre gesehen haben und der immer noch nicht gelöst ist. Die Waren an sich, glaube ich, werden ihren Weg finden. Aber politisch ein ganz brisantes Thema, definitiv. Schauen wir genau auf Chinas Wirtschaft. Herr Glogger, wie hat sie sich insgesamt in diesem Jahr bisher entwickelt? Ja, China schreibt ihre Erfolgsgeschichte einfach fort. Wir erinnern uns, auch 2020 hat China es geschafft, trotz Corona ein positives Wirtschaftswachstum abzuschließen. Und auch im zweiten Halbjahr 2021 ist die Wirtschaft klar auf Steigen eingestellt. Wir sehen hier wieder Werte zwischen 6, 8 und 10 Prozent mit einer klaren Richtung nach oben. Weg von China hin zu den Schwellenländern insgesamt, Herr Glogger. Wie gewichten Sie diese Assets in Ihren Portfolios? Wir gewichten im Grunde genommen die Schwellenländer schon in der Portfoliobestückung unserer Mandanten. Allerdings gehen wir nicht in die einzelne kleine Firma im jeweiligen Land, weil es dort viel zu schwierig ist, die Bilanz zu lesen, die Sprache. Also wir können nicht japanisch zum Beispiel oder koreanisch, sondern wir überlassen das den großen Firmen, über die wir weltweit investiert sind. Und schaut man sich zum Beispiel an, welche Umsätze Apple oder Coca-Cola zum Beispiel in diesen besagten Schwellenländern erzielt, dann sind diese beachtlich, ja gehen bis zu 30 Prozent des Gesamtumsatzes. Und damit haben wir natürlich die Profis vor Ort, die genau den Markt einfach in dem jeweiligen Land kennen und profitabel dann umsetzen. Unsere Mandanten profitieren dadurch natürlich auch durch eine gewisse Stabilität. Und die großen Industriefirmen, die wir hier verwenden, haben dadurch natürlich auch eine deutlich niedrigere Schwankungsbreite. Die Volatilität in den Schwellenmarkt, in den Aktienmärkten ist natürlich schon erheblich und deutlich höher wie in den etablierten. Also fassen wir zusammen mit Qualitätsaktien in die Schwellenländer investieren, sagt Andreas Glocker. Herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Gerne. Gerne.